Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder ein Kung Fu Panda 3, ein 4er Set. Und die machen wir gleich mal auf. Dann holen wir erstmal die Eier raus. So, zack, gucken wir erstmal nach, was für viel Zeug wir hier drin haben. Das hat mir noch irgendwas zum Zusammenbauen an. Ja, ist es auch. Ich lege das mal beiseite. Ja, das ist irgendwie wieder so ein neues Spielzeug aus der Sprinti Reihe. Gut, ich baue es erstmal zusammen. So sieht es aus. Na ja, gut. Wer es braucht. So, Spielzeug Nummer 2. Aha. Ja, gut. Nochmal genau das gleiche. Ja, ich hoffe ja, dass ich bei den Hauptfiguren ein bisschen mehr Glück habe. Obwohl, ich hatte eigentlich schon genug Glück. Ich habe ja schon mehr als erhofft. verschiedene Figuren. Und ich bin guter Hoffnung, dass ich die Serie voll kriege. Und wir schauen mal. Jawohl, wir haben schon wieder eine neue Figur, die wir auch wieder nicht haben. Sonst war das hier Shifu. Ja, wen haben wir jetzt alles? Wir haben Action Po, wir haben Meister Tiger, wir haben Po selber, wir haben Li, wir haben den, ja, Gokwei. Und wir haben den Kai. Und jetzt haben wir auch noch, wie heißt er hier? Shifu. Hier vorne ist er. So. Mal gucken. Das sind drei Teile, die zusammengebaut werden. Einmal so. Und dann nochmal so. So, dann kann er sich hier oben drauf drehen. So sieht das kleine Kärtchen aus. So. Und wir gucken uns die zweite Figur an. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir noch eine extra haben oder nein. Wir haben jetzt eine doppelt. Aber naja gut. Das ist nicht das Schlimmste. Das kann man verkraften. Hier dieses Ogway. Der. So richtig. So richtig funktioniert das nicht. So. Gut. Wenn ihr dran bleibt, wisst ihr ja, seht ihr die Figuren in der Aufnahme. Also bis gleich. Okay. Dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020